Die Tür ist in meiner Nase zugegangen. Nicht knapp, gar nicht knapp. Oh Gott, wie ging der Wurm? So verkackt. Nein, es ist kein Wurm. Das ist ein Wurm. Okay. Ja. Ach, du hast jetzt das Schwert. Pfeile auf. Okay. Sollen dadurch bitte schön drin sein. Schlüssel? Okay. Wollt ich die da nicht oder was? Ah, jetzt kommt der dritte, was man noch stimmt. Der Trollwurm. Ja. 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 Das hier. Ja. Ja. Das ist auch vieler, oder? Überall in Stacheln, Eis für 6 und diese Bounce-Dinger und diese Bohnen Fahrstühle. Das ist doch schrecklich. Aber halt. Ververkackt in den Raum. Ich bin jetzt gleich beim Boss, soweit ich weiß. Ja, bist du auch gleich. Ja, hier ist schon die Terrasse, okay. Schönen Balkon hast du. Aber was ist denn hier nochmal die Reihenfolge eigentlich? Ähm, rechts oben. Nichts. Rechts oben nichts. Also rechts vor links, aber die Gott... Nee. Andere Spiel. Faillord. Oh ja. Doppeltreffer. Verweich, treffe ich nicht. Ein Treffer. Was ist denn, was mache ich gegen ihn? Nicht gut aus. Er seine Dinger auch auf dem Haupt, ich weiß. Aber ich verkarriere dich, er stellt sich richtig mies hin. Ich habe nicht mehr. Es ist eine Drei. Ich kriege immer mit den Treffer. Vier Treffer. Ich habe noch einen Trug. Was mich irritiert, guck mal. Warum kann Link auf einmal in der Dark World den Vogel einsetzen? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und weil er sich mit der Frage kann ich nicht beantworten. Das war vollkettend. So, jetzt guck mal, wie viel fehli ich hab. Ich denke, ich werde aber noch fehlen, wo ich mein'n. Ne, dass ich jetzt bisher ohne Game Over durchkomme. Dann stell ich mir gerne doch. Bzw. gerne, der ist ja nicht schwer. Ja, trotzdem. 4-3-4-1, okay. Bei dem gibt's auch ein kleines Trick. Du gehst ja eigentlich immer diese beiden Kerzen aus, ne? die beiden Fackeln wenn du die eine aus dem Anmachst bevor sie die zweite aus geht dann geht die eine noch nicht aber habe ich noch nie geschafft die über die G-Richtschnell aus nur einmal versucht auch ach ich wollte eigentlich immer voll ein Teil vom Textbox treffen mit einem gestorben ich habe wieder wieder gestorben aber ich gehe halt Full Damage ich hoffe das reicht Alter er hat ich sich eckige scheiß Plattform nicht gibt wie oft er ist ihn das müssen die Kerzen ausgehen auch die in der Ausstellung der Auslustrein richtiger Wissen es ist eigentlich ein Schaffung er ist ein scheiß Feuer ein Treffer die wird er verbraucht gerne ne nein ich bin runtergefallen oh goddamit ich bin runtergefallen das ist mir noch nie passiert eh glaub ich das ist irgendwie voll lame oder die Endlust-Kampfkante runterfallen muss noch mal so ne mach das noch mal so ne halbe Stunde bis Stunde vielleicht hab ich da noch mal ne Schuss genau ey das ist doch so lame im Endlust-Kampfkante runterfallen dann muss es neu anfangen das ist irgendwie naja das ist aber auch echt scheiße so ja jetzt kann ich nochmal Feen auftanken gehen da ach ja 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 irgendwann mal wieder auf der spieler aber gab es denn hier noch mal den anderen schlüssel das kann ich eigentlich erst mal noch mal machen nicht das julian wirst durch mein kümmer da oben war nur eine fähig da oben ist nur eine fehl ja warum war das ja ich jetzt trotzdem auf ja hier ist nur eine fehl kleinen moment da kommt es hier ist so die Fakten extra so weit unten eingebracht das ist lame oh Gott, das wird richtig krank mit meiner Magie sich gerade oh Gott, die Fakten, die wir aus du brauchst bei Genn halt einfach für alles Magie das ist das Problem um die Fakten anzuzünden, um den Silberfall zu treffen ja, das ist irgendwie lame ich hatte nicht volle, glaube ich ich habe nicht darauf geachtet, gar nicht darauf geachtet also hast du ja, das ist der Elbein erst schon einmal gegen ihn gekämpft ja, hast du auch schon verständet tot, tot, nein, der Silberfall ich mach jetzt schon mit der Fackel damit, wenn ich weniger verbrauche das Spiel hat mich heute so getrollt so, 4 Stunden, 6 Minuten so, dann mach ich meinen Stream schon mal aus ja, mach das und das gibt vielleicht bei mir eh Essen, also brauchst du das an sich für die Zeit pass auf jetzt haben wir ein schönes Live-Bild äh L-Bild mit der Chip-Szene jetzt haben wir dann schön L mit der Chip-Szene ja, als ist es denn überhaupt ich ziehe es mir jetzt ganz breit so, ich bin dann jetzt erstmal weg so, breit blöd so so futuristic pride of doom du seems legit und mich steht auf diesem ducken muss immer weg Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, aber für den Christoph Hullian rum, mache ich gute Musik an. Wahrscheinlich hauptsächlich nicht sehr zu laut am Anfang. Na, jetzt ist es sogar leise. Ach, die anderen sind alle vom falschen Ordner. Muss ich eben so raussuchen. Fällt dir die Musik gut? Oder ist es noch zu leise? Jetzt habe ich gerade ein bisschen lauter gemacht. So, jetzt sagt mal. Hört ihr, ist keine Musik gerade? Das ist relativ laut. The fuck? Was soll das? Wann hört man das nicht? The fuck? The fuck? Okay, das wundert mich gerade. Ich habe jetzt nur volle Lautstärke hier gemacht. Hört man jetzt was? Du fuck! Warum geht das nicht? Eigentlich hat das damit gar nichts zu tun. Weil ich nehme einfach mal ein anderes Programm. Media Player. Hört man jetzt was? Man hört man sich ja immer noch nichts zu tun, oder? Du fuck, warum hört man das nicht? Schade. Okay, das muss ich ausprobieren, warum man da nichts hört. Tja. Tja, das kann ich nicht machen jetzt. Tja, Alter, ich hätte jetzt gerne eine gute Meinung gemacht. Nein, falscher Charakter. Egal, der war halt den hier. Mit dem haben wir das Magic Cape. Und das beste Schild und so. Also, Chris, Julian, es gibt glaube ich mehrere Wege, das zu machen. Ich kenne nur einer. Die werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, es klappt. Ich meine, ich habe es nur einmal probiert, glaube ich, bisher. Und das hat beim ersten Mal gleich geklappt. Deswegen denke ich, dass ich es schaffe. Deshalb muss ich dazu in die Leitwelt. Und ich weiß noch, wie das geht. Ja, das reicht schon. Speicher Ende. Ich starte bei der Kunde da. Und jetzt muss ich, glaube ich, rennen. Soweit ich weiß. Ich kenne den Weg übrigens nicht. Das ist ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt mich verlaufe, dann... gucke ich jetzt erstmal, wo der Weg ist. Und wenn ich gleich den Weg weiß. Wenn ich hier auch schon richtig gehe. Nö. Hey, okay, ich gucke jetzt, wo der Weg ist. Wenn ich nicht sogar falsch rumgelaufen bin. Ich gucke mal, wo man mit. Ich bin wieder da. Weiter. Spielt noch? Ja, ich bin wieder das Wolle an Rumzeigen. Kennst du ihn? Nein, das ist so nichts anderes drin, aber... Nieser Eck. Sozusagen. Na, ich glaube, hier ist der richtige Weg. Dann muss ich hier. So, dann mal gucken. Ob ich es schaffe. So. So, go, 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 go. Punkt. 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 Ist so richtig, oder? er wollte es ja und weiß auch nicht nur wie es geht und hat geklappt hat gerecht hat nicht gereicht man muss einfach nur von der kathedale starten und dann direkt in dieses ein noch davon oder so schnell hin das heißt bevor es den m So, du meinst, es gibt einen schnelleren Weg. Okay. Stecki. Oh Mann, okay. Schnellerer Weg, ja, ich glaube auch. Wo denn dann? Wo denn dann? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ein anderes Mal oder was? I don't know. Gucken. I don't know if I went high-crix. I'm also on fire. Pitcher gett noch fix. Na, da kann gut sein, dass er schneller ist, ja. Cool. Versuchen wir es jetzt mal. Genial. Genialität. Na, ich bin schon zu weit gelaufen, oder? Und langsam. So. Das hat, glaube ich, nicht gereicht, oder? Ach ja, hier bin ich da. Ist hier nicht normalerweise... Ach, hier ist... Ich glaube, das habe ich im letzten Stream schon mal gezeigt. Deswegen ist hier kein Geld mehr. Normalerweise liegt hier ein Tonnen von Geld rum. Hier ist jetzt mein ganzes geheimes Zimmer. Das bleibt unter uns, ja. Das war's. Okay. So. So, ja, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ich habe vorhin versucht, Winamp anzumachen. Das geht aber entgegenstümlich. Ach ja, genau, okay. Okay, das schafft. Ich könnte auch einen guten Song von The Butter The Breath of the Breath of the Breath. Hey, Mary, ein Huhn. Brie, brie. Das wird doch passen, oder? Irgendwie schon. Das passt irgendwie. Wo ist denn denn nun hier? Wir sind ja keine Hühner da. Da, los. Was ist da los mit den Chicks? Da, okay. Ah, ich sage, mir geht's nicht. Unschuldigung. Wunschläge. Joachim. Einig해도. und so wird im Fall er kann man nicht nur auf einer Runde noch nur noch Schildfaktiert hat geklappt Pogba Prozent also so lange drauf an Ruhr und auch war aber auch ein weiteres und von 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 der Zeitung und ich habe ein Wunder wie er in der Luft aufliegen die Kattappappapp Da, 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 da! Nooo! Unschos.